Meine Brüder, wir haben uns heute hier versammelt, um eine neue Novizen in unserer Mitte aufzunehmen. Liebster Bruder, vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein an die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Der Dienst an Gott, Behorsamkeit und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die Deinen sein sollen. Nimm deinen neuen Namen ab und trage ihn mit Wörtern. Willkommen, Bruder. Ers Architektur